YouTube-Aufnahme läuft, dann weiter mit dem Barbarossa-Feldzug bei Barbarossa-Feldzug Mission 5. Überraschend stimmte Barbarossa diesem Kreuzzug zu, nachdem er so viele Jahre im Kampf gegen den Papst verbracht hatte. König Philipp von Frankreich und Englands Richard Löwenherz hatten bereits die Überfahrt in den Nahen Osten angetreten. Doch Barbarossas Heer war das größte Europas und es gab keine Flotte auf dem Kontinent, die es zu transportieren vermochte. Der Kaiser würde auf dem Landweg über Konstantinopel und durch das Reich der Türken nach Jerusalem reisen müssen. Konstantinopel war die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches und eine der prunkvollsten Städte der Welt. Dort konnte Barbarossas Heer Rast machen und seine Vorräte auffüllen, ehe es den Langen Marsch antrat. Was soll schon passieren? Wir müssen jetzt bestimmt nur Ressourcen sammeln und dann einfach weiterziehen. Mindestens 10 Einheiten müssen überlebend das Lager der Maltese erreichen. Es gibt nur wenige sichere Orte auf der anatolischen Halbinsel. Dreck gegenüber von Konstantinopel ist einer der sichersten Anlegerplätze. Zerstören Sie keine gegnerischen Schiffe, die Ihnen vielleicht von Nutzen sein können. Sie können selbst keine bauen. Auf der Reise erwarten Sie viele Gefahren. Möglicherweise müssen Sie auf neue Rekruten in den umliegenden Gebieten zurückgreifen, um Ihre von der Schlacht gezeichnete Armee aufzustocken. Drücken Sie langsam vor. Senden Sie Speer aus und beschützen Sie Ihre Belagungswaffen und Mönche. Das kaiserliche Heer ist nach Osten in Richtung des Heiligen Landes gezogen. Um diese gewaltige Armee über die Eges zu befördern, wird Barbarossa die Hilfe der Byzantiner benötigen. Transportschiffe sind entweder in Konstantinopel, Blau oder Gallipoli, Türkis, zu finden. Patrouillierten sarrazenische Schiffe, grünen, werden die Überfahrt über das Meer nicht leicht machen. Anatolien ist an die Seldschucken gefallen, gelb. Die Straße durch dieses Land ist gefährlich, aber Barossa hat keine andere Wahl. Sobald die deutsche Armee... Sobald die deutsche Armee aber die Malteser orange... Aber die Malteser erreicht, ist sie in Sicherheit. Die deutsche Armee, zehn Einheiten. Wir müssen das Marmaramee überqueren, um das Heilige Land zu erreichen. Es gibt zwei Orte, an denen wir Schiffe abkommandieren können. Den schwächlichen Hafen von Gallipoli oder die befestigte Stadt Konstantinopel. Was ist hier? Bereite? Ja. Ja. Dies war... Bereite. Hey, Sir. Bereiten. Hey, Sir. Hey, ja. Hey, Sir. Ja, das ist soll. Ja, das ist soll. Bereiten. Hey, Sir. Ja, das ist soll. Ja, das ist soll. Hey, ja. Ja, das ist soll. Hey, Sir. Das ist soll. Ja, toll. Ja, das ist soll. Ja, hey, Sir. Ja, hey, Sir. Ich möchte eure stinkende Armee nicht mehr in meiner Stadt sehen. Kehrt um. Eure kaiserliche Hoheit. Wenn wir die byzantinische Flotte nutzen, müssen wir in Konstantinopel einmaschen. Hey, ist ein verlassenes Haus? Nein, es ist ein Hinterhalt der Sarazenen. Ja, das ist soll. Ähm. Bereiten. Ja? Dies war. Ja. 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 Was möchtest du von mir? Oh, schön, du willst hochkommen, um mich anzupupsen. Auch schön. Ja, Hund, du hängst an mir fest, ich weiß. Weil du deinen Fuß in meiner Tasche hast, Hund. Boah, jetzt leg dich hin. Ja. 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 Hey, Sir. Hey, Sir. Ja. Berate. Ja. Ja. Das ist wahr, das ist soll. Berate. Hey, Sir. Hey, Sir. Hey, Sir. Hey, Sir. Bereite? Ja. Hazel? Ja, dass ich soll. Ja? Hey, ja. Pace? Pace? Bereite, dass ich soll. Hey, ja. 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 Bereite. Bereite? Ja. Ja, dass ich soll. Ja. Ja? Ja. Ja. 8 plus 1, sie schießen 8 plus 3. Ich denke mal, das Tor könnte erreichen, ohne beschossen zu werden. Natürlich könnte er es nicht. Ja. Ja. Dieser Druck zwischen meinen Zähnen, ey, das macht mich wahnsinnig. Den verleihst du meinen Eltern zu fahren, um von da Zahnseite zu holen. Hazel? Das war ja. Hazel? Ja. Gämliches Körnerbrot. Verflucht sei dein Entwickler. Ja? Hazel? Bereite. Ja. 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 Kann ich so was die Johanniter auch später sagen. Nö, tut mir leid, wir helfen dir nicht. Kein Bock. Ja. Danke fürs Folgen, Mr. Nature. Danke fürs Folgen, Mr. Nature. Heia. Hm, hm, hm. Bereite. Und wo willst du hin? Was du immer auf den Tisch hoch willst, ne? Was willst du denn jetzt auch hier so halb rüber? Bist du doof? Boah, Hund. Soll ich dir ein Körbchen holen für auf den Tisch? Ich hab ne Katze, ey. Das kann kein Hund sein. Das ist Barbarossa, zweite Kampagne, äh, fünfte Mission. Bereite. Ja. Heisse? Dies war's ich soll. Dies war... Heisse? Bereite. Bereite. Ja, das ist soll. Bereite. Ja, das ist soll. Ja, dies war... Heisse? Ja, dies war's ich soll. Ähm... Achso. Heya. Bereite. Sassa. Sassa. Heya. Bereite. Heisse? Heisse? Ja. Ja. Das ist... Ja, dies war. Berete. Das ist soll. Dies war. Heisse. Ja. Ja, berete. Ja. Das ist soll. Ja. Ja. Ich glaub, der Hund will mehr Beachtung. Und du störst meinen ganzen Flow. Ich bin nicht sicher, ob ich gerade das Richtige mache. Ach so, das Weltwunder bedrohen, was die hier haben. Dann schließe ich mir am Ultiweiser ein Loch. Ich scout ja nicht mit Triboshes. Triebox, ach was auch immer. Ja. Pace, dies war, dass ich soll. Bereiten. Ich weiß, die Schiffe will ich gerade nicht versenken. Du siehst du die ganze Zeit, dass ich die Schiffe nicht angreife, sondern mir gerade einen anderen Weg durchschieße, damit ich das nicht machen muss. Baratour, ich hab das schon verstanden. Dass ich die Schiffe übernehmen werde. Wahrscheinlich, wenn die aufgeben. Von dann. Damn. Ich hoffe, du hast MW5 über meinen Link vorbestellt. Ey, geil. Du übernimmst die Flotte und dann ist da ein Schiff von den Sarazenen drin, ey, da oben an der Ecke. Stretet. Ja, dies war... Hey, ja. Ja, heiße, dass ich soll. Ja, was ich soll. Ja, was ich soll. Hey, heiße, dies war, was ich soll. Oh, oh. Ich muss das Problem. Du hastalled. Ja, das war ein bisschen. Nein, ich muss das Problem. Okay, mach, der ist doch Tábisch. Ich muss das Problem. Wie könnte das Problem haben. Können wir sie肯sten Feldern? Ich hab ja nichts zum Scouten. Ich hab das Brandschiff, sonst nix. Ich hab das Brandschiff, sonst nix. Ich hab das Brandschiff, sonst nix. Komm, ob die einfach ein bisschen doof sind. Da vorne geht das Schiff an Land. Dann fahren die hier außen rum. Bereite? Ja. 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 Die Teutonen versuchen zu landen. Angriff! Hey, Sir? Ja. Ja. Ja, das ist so. Hey, Sir? Ja. Das ist so. Ja. Hey, Sir? Das ist so. Dann mal ab durch die Wüste. Bereite. Das ist so. Ja. Ja. Bereite. Das ist so. Ja. Hey, Sir? Ja. Bereite. Jetzt habe ich Einheiten vergessen. Wölfe jagen im Rudel nicht allein, dämliches AOE. Das sieht nicht gewollt aus, dass man nicht hoch kann. Ja. 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 Ach, damals. Göttlicher Beistand. Zeig's ihm, wahrer Gott. Und jetzt noch ein Vulkanausbruch auf unsere Feinde. Ja, strittet. Heiße? Ja, dass ich soll. Bereite, dies war... Oh nein, ich hab ein Hell bei dir vergessen. Das war's, ich soll. Das war's, ich soll. Bereite. Ja, das war's, ich soll. Ja, das ist soll. Heiße? Na komm, mach'n platt. Ja, das war's, ich soll. Bess ist einfach, er hat das größte Heer von allen. Komm's dir an. 20 Leute. Heiße? Heiße? Das ist so. Ja, das war's, ich soll. 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 Und die haben gesagt, wir sind die Stärksten des Heeres. Wir werden jetzt einfach nach vorne marschieren. Bei Teutates. Gut, dass die Johanniter ihr Lager am beschissenen Platz der Welt platziert haben. Aber es sieht doch gut aus. Ja, sehr von friedlich Barbarossa. Ja, das ist geschehen. Ihr seht ja elend aus. Begebt euch zur Burg. Dort findet ihr Obdach. Heiße? Ja, das ist so. Juhu, Mauern. Unschlechte Türme. Was für eine Verschwendung. Bereite, dass ich soll. Ja. Dies war. Heiße, dass ich soll. Ja. Dies war. Ja. Willkommen, Kaiser Friedrich. Ihr seid eingeladen, bei uns Rast zu machen, ehe ihr eure Reise ins Heilige Land fortsetzt. Ey, ich meine, Kathi, keine zwei Stunden dauert. Ich will mal kurz gucken. Oh, Gott sei Dank ist die KI zu doof, ihre Schiffe zu benutzen, ey. Wenn ich rechts versuche, irgendwie an Land zu gehen, hätte ich direkt abgefuckt. Oh, du kommst hier ganz rechts irgendwo an Land. Das war hier schon eine ganz gute Position. Das war, glaube ich, die einzige Position, die du nehmen kannst. Da war ich irgendwie durch den Glitch hochgelaufen. Die Weißen auf der Karte wären Bonustruppen gewesen. Ja, hört sich ja voll gelohnt. Barbarossas ermattete Armee war in der Hitze des Sommers hunderte Meilen durch das Bergland gewandert, als sie auf den Fluss Göksu traf. Unter den Männern machte sich unbändige Begeisterung breit. Barbarossa selbst konnte nicht widerstehen und stürzte sich in das kalte Wasser, ohne zuvor seine Rüstung abzulegen. Fassungslos mussten die überlebenden Truppen mit ansehen, wie Barbarossa ertrank. Einige sagten, der Kaiser habe in seiner eisernen Rüstung unmöglich schwimmen können. Andere glaubten, das Herz des 67-Jährigen habe einfach versagt. Doch ungeachtet der genauen Todesursache, Barbarossas Leben endete dort am 10. Juni 1190. Der heilige römische Kaiser war tot. Ein Leben lang nur Krieg. Er zum Lichter war er. Untertitelung. BR 2018